Wann hatte ich das letzte Mal Zeit für mich? Wann habe ich zuletzt fotografiert? Einfach so aus Spaß? Das muss ewig her sein. Ich bin so müde davon, immer nur zu kämpfen und mir Sorgen zu machen. Es wird Zeit, dass ich mal loslasse und wieder was für mich tue. Nina? Ist alles in Ordnung bei dir? Was, wenn... Wenn du mich nicht... ...gefunden hättest. Ich hätte dich überall auf der Welt gefunden. Ja. Das habe ich... Ich habe das geträumt. Schon gut. Du musst nichts mehr sagen. Bist du, es ist vorbei. Es ist vorbei. Hab keine Angst mehr. Wir sind jetzt für dich da. Du, Katz. Dostoy, du hast... Du, Katz. Du, Katz. Du, Katz. Du, Katz. Du, Katz. Vielen Dank.